Das wird Jochen Kaufmann, dein Coach für ein freies, gesundes und glückliches Leben. Vielleicht ist dir auch schon mal aufgefallen, dass wenn du von einer Sache süchtig bist oder vielleicht mal von einer Sache abhängig warst, du an deinen finanziellen Problemen niemals dem Suchtstoff die Schuld gegeben hast. Bei mir war das früher auch, ich hatte, als ich noch Zivi war, einen Nebenjob gemacht, nur um mir das Rauchen. Finanzieren zu können, das ist wirklich abartig. Ja, ich habe damals bei McDonalds gejobbt und das muss man sich echt mal überlegen. Ich bin da mehrmals die Woche abends noch hingefahren und habe quasi genau so viel Geld mir erarbeitet, wie ich für Zigaretten gebraucht hatte. Und wir machen das als Raucher in der Regel, ohne darüber nachzudenken, wie viel Zeit uns da letzten Endes das Rauchen wirklich stiehlt. Erstens Zeit, in der wir sinnlos vor der Tür rumstehen. Zweitens Zeit, in der wir arbeiten müssen, um die Droge zu finanzieren, von der wir abhängig sind. Und drittens dann auch noch Lebenszeit. Im Durchschnitt lässt man als Raucher 14 Jahre seines Lebens da liegen. Ja, wo man früher stirbt und beim Alkoholiker ist es nicht besser. Deshalb, wenn du frei werden möchtest, wenn du wirklich das Leben lieber wieder lieben möchtest, wenn du wieder das Gefühl lieben möchtest, Luft zu bekommen, Kraft zu haben, mehr Ausdauer zu haben und stolz auf dich zu sein, wenn du das Gefühl wieder spüren möchtest, ein verantwortungsbewusstes Vorbild zu sein, dann lass uns diesen Weg in die Freiheit zusammen gehen. Ich verspreche dir, du wirst stolz sein am Ende und du wirst so viele Vorteile haben als freier Mensch, dass du nie wieder zurück in diese elendige Sucht möchtest mit all ihren Nachteilen. Die kannst du dir gerne ersparen. Wenn du Lust hast, ein gutes Vorbild zu sein und wenn du Lust hast, mehr Kohle zu haben, melde dich gerne bei uns. Herzliche Grüße, dein Jochen Kaufmann. !